Reicht dann jetzt auch, ja? Jawoll Ich dreh dich um! Hör jetzt auf, Junge! Müssen wir nicht hier nicht hin? Das ist Speicherpunkt, Handy Wir müssen das Tor... Ja, wir müssen dafür die Torhebel schützen Ja, genau Und der ist... Ein älteres... Oh Gott Jetzt gibt's fucking Butter! Hier ist ein knallharter Feuer, kann mich einer wieder bitten? Ja, komme Alter, wo bist du ganz? Ja, hier hinten! Beim Pisswash Ich werde das alles... Nein! Ich bin doch da! Nein, bist du nicht? Ich bin schon gegen E-spawn! Hahaha Eddie? Ja, ich bin... Ich bin im Firestorm Ich muss mal raten, das wird nichts Ja, ich bin... Ich hab mich wieder... ...gut hier erholt Ja, ich bin auch im Firestorm Ich bin schon jetzt... Lass Kommt... Leute, wir haben eine Quest vergessen, ne? Was? Wir haben eine Quest im Skag... äh... hier im... äh... Skagg... 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 Gali... vergessen, sah... ich will fahren mein hast du mir auch geklaut wollen hast du wohl warum hast du warum habe ich nicht so lang bist du nicht auch hier lang gefahren vielleicht will ich darüber ja naja der andere weg wäre kürzer gewesen obwohl die fahrmachrichtung da lang ist da ist ein feuerstag den feuerstag tot gemacht wo ist denn das tor hier liegt ja alle die sachen aufsammeln wir müssen den skag töten noch kurz unser auto jannik ich hab für dich die hrk 30 rowdy machine gun geil toll wir qualmen nils ja das ist deine schuld was ja leck mich dann fahr ich jetzt einfach tschüss nein tust du nicht oh cool hier lag ne knabe jannik 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 hier sind es gleich das ist witzig ja super einer hat mich angespuckt danke also ich bin schon wieder zurück im firestone leute ich werte noch mal auf euch mensch da ich ja so nett bin ja ich hatte aber keine chance du hast eine chance gehabt das ist nicht geschafft ja warum machst du so ohne nitro hier gehst du auch rein zu uns oder ne ja zwar fast die geht so ne aber orientierung wie bockwurst so warum sind da hinten gegner weiß nicht weil hätte wieder müssen was habe ich jetzt mit euren streit zu tun was den gehen da reingehauen ja ich bin hier am kaufen leute wo saß sie dass sie ich habe keine andere quest außer die jetzt oder woran sehe ich denn das doch da ja das mehrere angenommen stimmt lass mal nebenquests machen dann leveln wir auch besser ja ja wir müssen sowieso noch was und die kann nur heady einstellen die der host ist wir müssen sowieso noch zum skegger liegt warum weil wir deine quest vergessen haben ist doch scheißegal die ist jetzt viel zu low levelig für uns du weißt schon dass die quest auf der ganzen karte verteilt ist von pandora ne welche denn die mit den tonbändern ach so und außerdem ich dachte du wolltest noch deine knarre haben die ich für dich gesammelt habe stimmt weil ich könnte jetzt zum beispiel schon 30 das war so klar wie jetzt ja ja ich habe zum beispiel drei waffen der dritte wird im moment noch nicht benutzt ich glaube ich werde bei mir mal einen weitere revolver holen boah alter geht doch gar nicht auf den sack oder ja können wir ja nicht warte kurz ich muss die waffe einmal ausrüsten hä welche war das denn die du mir grad gegeben hast es war die hk schieß mich tot die kk da ne ich habe keine andere waffe bekommen keine gute ach da da dritter waffenslot jaja ha 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 Bibo, drück Tapp und lass Autopop stehen. Und jetzt nimmst du dir eine von den verwichsten Quests, die in den Arid Badlands sind. Da müssen wir nämlich nicht die Map wechseln. Dann haben wir aber immer noch eine im Skeggalli. Ja, dann können wir doch danach hin. Ich will jetzt erstmal die machen, die wir haben, du Idiot. Außerdem müssen wir die im Skeggalli ja nicht unbedingt machen. Und er hat immer noch keine neue angenommen. Welche habt ihr denn jetzt? Shep Sanders. Da steht Shep Sanders getroffen. Ja, die hab ich doch im Moment. Ja, die wollen wir aber nicht, das ist ein Hauptquest oder nicht? Was wollten wir denn machen? Wollen wir den blutige Reifen machen oder wollen wir TK Hard weitere Arbeit oder verstecktes Tagebuch? Weil verstecktes Tagebuch, dafür müssen wir nämlich in die Skeggallis. Ja, dann machen wir TK Hard weitere Arbeit. 2TK. Janik, wir fahren mal hier unten lang. Ja. Hier kommen wir nicht mehr raus. Doch. Doch, guck mal. Whee. Riech ihn mal an. Ich muss so lange in seinem Gemüsebiet. Uuh. Jetzt müssen wir sowieso wieder in den Skegggalli. Wieso müssen wir in den Skegggalli? Wir müssen Klingenblumen sein. Nein, guck doch mal, guck doch mal, wir haben noch Arid Battles, haben wir auch noch blutige Reifen. Ja, wir können auch noch blutige Reifen machen. Oh ja, die ist schön. So, und jetzt. Tempo nach. Da. Warte, ich bin, ich komme hier nicht raus. Moment. Komm. Was kommt? Lass mich kurz fahren, Nils. Nein, das Auto bewege ich mich nicht. Moment, warte. So? Nein. Moment, hast du doch einen umgefahrener Tag? Ist das hier hinten vielleicht? Müssen wir die... Oh, oder das? Wo müssen wir eigentlich die denn machen? Roadkill. Nee, jetzt. Roadkill. Aber nur, weil bei mir wird auf der Map irgendwas angezeigt. Ach so, ja. Ja, dann müssen wir die wahrscheinlich in der bestimmten Region machen. Nee. Oder? Och, das war knapp nicht jetzt. Also, entweder bin ich... Ich sollte mir mal die Quest erstmal durchlesen. Ich lese mir mal die Quest erstmal durch. Alles klar, mach das. Ich fahre lange. Töte Feiner auf der Straße mit dem Puma-Fahrzeug. Jetzt. Ja. Aua. Sieh hier nur keine Feinde. Da, da sind es. Kein Straßenkill. Da sind Rags. Kriegst du die? Ich versuch's, wenn du... Da kam eine Rakete durch mein Bett geflogen. Da ist noch ein Gag. Och, knapp. Das war ein explodierender Skag. Hinter uns war auch noch ein. Ich hab aus dem Konzept geflogen. Oh, ich hab ein Rack überfahren. Übrigens... Nein, er hat Vögel. Er überfährt Vögel. Fahr... Äh... Ich hab geparkt oder... Nein, knapp. Nein, nicht ganz. Aber gefasst. Wenn wir's hinkriegen, geht ihr die Party los. Oh, Mensch. Das ist doch wahr. Jetzt stirbt da oben. Fuck. Wir müssen hier einfach mal keine AP verlieren. Doch. Sogar recht gut, oder? Das ist cool, dass wir Janek da nur drauf schießen. Na, die müssen überfahren werden. Echt? Mein Wagen brennt. Janek, warum ist unser Vater jetzt kaputt? Janek, warum bin ich jetzt tot? Einmal mit Profis arbeiten. Warte, den krieg ich. Lass ihn mir. Ja, ja, hab ich. Ja, cool. Wieso kann ich nicht aufstehen? Ja, ihr müsst mich helfen. Ihr müsst mich hielen. Haha, du bist lustig. Oder auch nicht. Ja, nee, jetzt guck mal neben dich. Ich hab ihn doch erschafft. Ging das denn nicht? So, ich boh, ging doch. Oh Gott, ist die Schutze in Lahn. Noch eine, noch eine, noch eine, noch eine, noch eine. Bibo, komm, wir müssen weg, wart auf mich. Wir müssen einmal wegfahren hier. Das hat keinen Sinn. Braucht ihr jemanden, der euch abhängt? Oh, Junge, erschieß ihn doch nicht. Ich brauche die, wir brauchen die Straßen. Dann haben wir doch bekommen. Nein, wir haben sieben. Doch, wir haben jetzt sieben von zehn. Vorher hatten wir sechs. Genau, eben. Hä? Bist du behindert? Jetzt. Wie gesagt, hör auf. Jetzt mach ich einen Abgang. Hallo, unser Fahrzeug explizit. Ich weiß es, ne? Ach, es ist so. Ja, das ist doch scheißegal. Dann wären wir zumindest weggekommen hier. Ich bin übrigens unterwegs. Sehr gut. Dann nimm mich mit und mit. Nichts sind Inkomponenten hier. Verdammt. Ja, toll. Ja, warte, ich bin gleich da. Ich weiß nicht, ob ich Handy noch kriege. Nö. Hoffentlich nicht. Penne. Nö, Heddy kriege ich auch nicht mehr. Aber mich auch nicht, oder? So, warte. Doch. Überfahr den Typen hier. Na, komm her. Nee, schaffst du nicht mehr. Nee, ich bin schlug. Nee, ich schaffe ich auch nicht mehr. Schade. Das kostet mich wieder. Dann lass zumindest zusammenfahren, Heddy. Gute Idee, Muni kaufen. Ich brauche eine neue Waffe. Meine ist voll slow, Alter. Ja, und Shotgun sind auch nicht gerade schnell. Äh, die letzte, die ich hatte schon. Wow, da hast du mal eine schneller gehabt, Nils. Äh, Heddy. Und außerdem, die Feuerraten von Shotgun sind nur mal schnell. Wenn ich jetzt hier... Was? Du hast eigentlich noch... Einen Rollkick brauchen wir noch. Und die haben ein Fahrzeug gerade nicht. Luftgesprach, fuck it! Ich bin ein Idiot! Warte, dann können wir uns beide ein Fahrzeug holen, Heddy. Ist dein Fahrzeug kaputt, Nils? Ja, und ich hab hier... Fuck, ich hab hier einen Stufe Elber, der mich jagt. Ja, guck mal, wie ich nachlade. Ja, das ist nur mit einer normalen Shotgun, nicht dieses neumodische Scheißzeug, so. Jungs, könnt ihr bitte mal her, ich hab hier Probleme. Ja, da ist es. Wenn du Probleme hast, das wissen wir. Heddy. Wir sind auf dem Weg. Ach ja, wir haben übrigens alle Roadcats. Nein, wirklich. Ups. Gut, Heddy. Uuh, scheiße. Da kommt man nicht rein. Scheiße, Tempo. Cool, danke, danke, Leute. Ja, Nilsi, wir können auch nicht schneller. Ja, weil ihr noch shoppen müsst, ey. Was? Wir sind doch schon auf dem Weg die ganze Zeit. Wie war das? Ich brauch ne neue Schrotten. Das war Heddy, nicht ich. Ich bin hier oben, ich bin hier oben, ich bin hier oben, ich bin hier oben. Komme, komme. Nein, einmal hoch die Leiter und hier rüber laufen. Okay. Ich hole dich ab, Nils. Nein, ich kann mich in den Fahrrad, mich in den Fahrrad zitieren, wenn das Auto leer ist. Das Auto ist aber nicht leer. Dann steigt da jetzt. Wir müssen doch eh zurück, wo du bist, oder nicht? Müssen wir? Wir haben die bisher fertig. Also ich werde hier auf jeden Fall mir nochmal die...